hallo leute und willkommen zurück zu einem neuen part von let's play minecraft sky factory 2 ja ein wenig brot und ich würde sagen ich habe gerade ein grad planlos aber gehen wir da hinten noch mal hin oder doch das mal weitermachen schüsselt fein so gucken dass man doch hier diesen diese ecke hier 1 2 3 5 6 7 9 waren es dann insgesamt so das heißt so grob müsste das hier stimmen alles klar scheint zu stimmen was ich hier fabriziere mal gucken wie lange noch so zack zack diesen part hoffe ich dass wir hier die seite fertig kriegen und im nächsten part dann das grundgebilde hier zumindest schon mal so weit dass wir die mauern hier stehen haben das jetzt habe ich gedacht jetzt fliege ich wieder was wird er jetzt noch das wäre jetzt wieder gewesen hatten wir doch erst im letzten part sascha muss doch nicht sein so dem 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 Alles klar, so, F7. So, unsere Mauer nicht vergessen. Oh, da haben wir jetzt ein Stück vergessen, das geht ja gar nicht. So, da hinten muss noch eine Fackel hin. Alles klar, das ging ja relativ fix jetzt, oder? Aber wir brauchen mehr Steine, jawohl. Das dürfte eigentlich auch erstmal reichen am blauen Stein. Ja, mach du voll, ist mir egal. So. Dieselbe. So. Das dürfte reichen am blauen Stein erstmal. Ähm, da fällt mir gerade ein, hier, das Ding da, weg. Ähm, so, dann wollen wir wieder von hier aus, eins, zwei, so. Nein, das war falsch rum. So. 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 Was geht doch jetzt? Wieso habe ich denn vorher so lange gebraucht? Jetzt mal im Ernst. Vor allem geht es schneller. Oh, Fackeln, 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 Fackeln hier. So. Damit auch nichts spawnt. Währenddessen wir hier über dem Abgrund schweben. Sie sind ganz gut. Mal. Du. 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 So, sobald wir dann hiermit jetzt fertig sind, kommt noch eine Lage Cobblestone hierhin. Und dann, ja, dann werdet ihr sehen, was ich dann plane. So, hier die zweite Lage Cobblestone werde ich aber erstmal in einer anderen Farbe dann machen, damit das auch unterscheidbar ist. Irgendwie leckt es gerade. Habe ich so das Gefühl. So, die Fackeln müssen nochmal weg hier. Ansonsten kann ich hier nicht meine Mauer platzieren. Bum, bum. Bum. Du musst auch weg. Weiche, Satan. Das Wort, zu viel. So. Ja, soviel zu dem Thema. So, damit ist auch unsere Mauer fertig. So, schaut doch ganz gut aus. So, dann wollen wir hier natürlich auch noch die letzten Dinge hier bewirken. Hier die Löcher eben ausbessern. So, und da vorne. Ich sehe mich ständig hier runterfallen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich kenne ja mich. So, wie ich bin, geht das durchaus ziemlich schnell. So, das Ganze machen wir jetzt. Ändern wir um. Und zwar machen wir den zweiten, das zweite Layer mal einfach in pink. Ist ja egal. Zack. So. Ne, da hin. Pink. Dich. Da rein. Active without Signal. So, dann macht der uns nämlich jetzt hier hell. Macht der uns jetzt da rosane. Aber wir gehen mal gerade gucken, was macht denn unsere Produktion hier. So. Aha. Aha. Ja, langsam aber sicher. Glaube ich jetzt. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal ein paar Speed Upgrades, wo wir hier gerade folgendes Zeug zusammen zur Hand haben. So. Speed. Speedy, speedy, speedy. Ingwer, Electrum. Äh, wir haben zu wenig Ingwer inzwischen. Wie viel Nickel haben wir denn? Da. Na jo. Immer ein bisschen. So. Das heißt. Mach mal mal so, so. Aber wir haben glaube ich sogar noch Eisen hier drin, oder? Noch ein bisschen. So. Das heißt, das, das und dich erst mal. Zack, zack. Zack, zack. Dann kann der da fuhrwerken. Wir holen schon mal. Einmal. Gold raus. Zack. Und währenddessen, dass ihr jetzt so vor sich hin bräutscht, bleiben wir hier, weil ich habe jetzt keine Lust wieder darüber zu laufen, weil wir müssen auch hier mal ein bisschen vorankommen. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Ich hoffe, das ist genug. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Hier. So, jetzt sind noch mal 15 Barren Ingwer. Da können wir jetzt mal eben so machen. Wir haben noch 4, 7 brauchen wir noch. Ja, 4. Ein Ingert haben wir hier noch. So, machen wir jetzt erstmal mit dem Gold weiter. Gut, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Und zwar, das hier wird aus Redstone, Cold Powder, Sulphur und Blaze. Das hier also, das hier, das hier und das hier. Äh, das können wir im normalen Inventar sogar machen. So, so, so und so. Also, wie viel machen wir mal? Machen wir mal 10, dass wir hier nicht so viel Ressourcen erstmal verschwinden. Ähm, so. Dann haben wir jetzt hier Electrum, das hier Ingwer. Perfekt, 18 Barren noch. Äh, Ingerts, ja Barren, der ist ja das gleiche. Supi. Supi. Dann können wir auch noch hier drangehen. So, dann machen wir erstmal... Moment. So, das hier. Und dann machen wir es auf die Art und Weise. Machen wir mal 6, 8, 10. So, und hier kommt ihr rein. So, dafür brauchen wir dann noch Inva. Und... Und... Düm, düm. So. Zack. So, die Speed-Upgrades können wir schon mal reinpacken. Die Hälfte hier rein. Und die andere Hälfte hier rein. So, dann haben wir jetzt hier 239 AF, 79. Noch müsste es reichen. So, und hier lassen wir jetzt gerade erstmal neu konfiguriert. Aus. Okay. Ähm... Irgendwas haben wir hier. Und sind zwei. Bumm. Bumm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das waren zu viel. Egal. So. Das müsste uns zwar jetzt schwer an die Grenze bringen, aber auf Dauer müsste es uns helfen. So, die Leitungen scheinen noch genug Energie zu haben. So, du bist auf voller Leistung. Das heißt, wir so 320, 400 RF können wir produzieren. 80. Ah, shit. Wir sind ein Minimum drunter. Das heißt, wir machen mal eben noch schnell. Nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Zack. Da wir jetzt gerade nicht genug Ingwer haben. Äh... Bbbbbbb. Moment. Generator. Zwei Redstone und einen normalen Furnace. So, und soweit wir das dann haben, ist der Part auch schon vorbei. So, das und das. Das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Das. Bumm. Ach, ich habe immer noch keinen... Gut, haben wir Tin. Ne, gerade noch nicht, aber... Hier. Aber ich hoffe, du verbindest dich jetzt nicht mit irgendwas. Dass wir uns mal endlich einen Crescent Timer machen. Zack. So. Mam, 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 mam. Ach, komm schon. Komm her. Äh? Ich hoffe, hier rum zu glitschen. Naja, ein Eisen braucht man, glaube ich, dafür. Crescent. Oh ne, drei Eisen, ein Tin. Lol. Ich habe gedacht, das wäre andersrum. So, alles klar. Der füllt sich auf mit Lava. So, und jetzt dürfte es eigentlich genug RF sein. Mit den dreien. Da sind 120. 440. Die müssten wir doch... 339. Quatsch. Da. Ja. Müsste doch jetzt ausreichend sein. Geht doch langsamer sich herüber und wieder hoch. Alles klar. Okay. Also, in dem Sinne, ihr Lieben. Hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr auch im nächsten Part von Minecraft Sky Factory 2 wieder dabei seid. Und macht's gut. Ciao, ciao. 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 .